zum video plan wahrscheinlich morgen also das ist morgens mittags bis nachmittags 16 17 uhr denke ich mal um den dreh ich werde nicht immer direkt um die uhrzeit zeit haben um das video hochzuladen oder freizuschalten deswegen sage ich um den dreh 16 17 uhr kommt pokémon dann kommt abends ein indie game wie das hier zum beispiel oder spirit heißt es glaube ich kurz oder so kommt denke ich mal als nächstes und geplant sind dann samstags in die samstagabende werden dann wahrscheinlich mit so notik gegen jesse folgen hoffen wir mal dass ich das so einhalten kann und sonntags habe ich auch schon eine idee aber da muss ich erst mal gucken wegen meinem neuen computer und ob das alles so funktioniert wie ich das möchte das werdet ihr dann aber wahrscheinlich früh genug sehen cool das ist cool ich möchte den da hinten bitte kaputt haben trifft den das wohl so muss das so dann wollen wir darum haben wir uns nämlich erstmal das token das vip token da ist einer mit dem schlüssel machen wir mal so der ist anscheinend immun dagegen das ist gut zu wissen doch nicht doch ist er verdammt verdammt jetzt habe ich hier verkackt wenn wir uns die teile noch mal tschüss brauchen wir wahrscheinlich die tüte für das ist ja uns entkommen ich brauche tokens ich habe nicht genug ich würde gern weiter hier rumfahren und ihn aber nicht mehr hier haben wollen deswegen fährst du mir bitte gerade aus oh ne ja ja ernst du bleibst da drin du bleibst da drin ich komme hier rein ich spiel es uns ein was bitte was muss ich tun was muss ich tun ach man wie krieg ich die denn kaputt wurde da was gesagt ich habe nicht aufgepasst glaube ich das ist nicht so gut das ist nicht so gut das ist auch nicht so gut das ist auch nicht so gut nicht umdrehen weg ja du bleibst da drin ich habe mir ein paar tokens hier ab das ist nicht so gut das ist nicht so gut nicht mich oh 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 god oh man ey du bleibst auch erstmal da oben habe ich die schon mal eingesperrt kann ich den nicht einfach hinlocken und dann war es das dass er den schlüssel dahin bringt oder weil dadurch geht er anscheinend nicht kaputt oder hält er einfach nur mehr aus dann muss ich ihn zweimal treffen dann haben wir das problem gelöst du kannst da bitte schon mal raus ich möchte dich da nicht drin haben ich habe mir aufgepasst der gegner wirklich geht doch jetzt nicht ernsthaft lang das war schwerer als erwartet weil ich habe mich einfach blöder angestellt als erwartet was heißt erwartet ich habe wahrscheinlich doof angestellt ja so ein wackelpudding ist teuer von onkel scrooge ach nö nicht schon wieder warum denn beides oh gott jetzt ziehen sie den schwierigkeitsgrad aber an ich muss noch mit so leuten wie mir rechnen dass ich das spielen will ich möchte da gar nicht rein fehlt mir dass er da rumläuft möchte da auch nicht rüber ich habe mir hier erstmal schon meine torkens möchte machen das war das erste ach jetzt habe ich auch die hier wieder ist ganz gut und das war das zweite ich traue mich noch nicht ganz darüber weil ich noch nicht genug tokens habe um einen von denen ausschalten zu können jetzt aber heißt ich muss da dann auch draufklicken so das wäre dann ganz gut sehr schön und dann würde ich gerne rüber dem an hinterherjagen und mich hier einschließen danke so dann haben wir einmal genug hierfür dann würde ich hier rüber die sollten wir hier eigentlich nicht kriegen dann sammle ich hier schön ach so ja du kannst da unten gerne bleiben ähm ich wollte hier eigentlich nicht lang aber gut naja trotzdem genug so zack jetzt muss ich ja doch nochmal da runter und das aktivieren na los so dann haben wir weiter schalter aktiviert jetzt muss ich da nur rüber das sollte ja eigentlich auch kein großes problem werden ne ist richtig yay leider doch einmal getroffen worden so weiter was ist das was ist das was ist das oh mein gott das sah aus wie ein yeti wolverine wolfsmensch ok wer hat die nach diesen gar nicht zu das ist ganz gut denke ich ich würde den gerne wirklich hier weiter rumcruisen lassen dass ich dann erstmal ich habe gar keinen teil um das gerade zu machen das heißt ich muss so hier rüber jetzt nehmen wir dann eine schöne tüte aus den wollte ich eigentlich nicht mitnehmen auch zum glück zum glück zum glück hat das ausgereicht nee so gut ich hoffe mal wir treffen uns dann nicht gut so so du bleibst bitte da ich habe nicht genug um irgendwas einzusetzen das ist nicht nett ganz und gar nicht nett was ach ich muss jetzt da rum äh shit ich geh da rüber ach sehr schön hier gehts ja noch voll weit gut dann tun wir erstmal den schalter schließen euch beide da ein so jetzt gucken wir mal wie machen wir das am besten ähm ach der kommt doch hier rüber wird gern hier rüber und dichter rüber lassen so jetzt haben wir 200 jetzt haben wir eins da hin reicht das? ja haben wir schon mal einen weg können wir jetzt ganz beruhigt da rüber und uns das erstmal abholen obwohl den kann man eigentlich auch nur hier rüber Fragezeichen das war wieder völlig professionell einmal im kreis gefahren das müsst ihr auch immer machen damit vergoldet ihr viel Zeit eures wertvollen Lebens aber ihr habt ja Spaß das ist das wichtigste so sehr schön das kriegen wir auch mit das kriegen wir auch mit da rüber schmuggeln und ihn bitte da lassen da das Skelett kriegen wir nämlich gleich weg die sollten sich mal gegenseitig angreifen ey das ist unglaublich so das war doch das war gut das war gut ich hab das trotzdem verfehlt so war das schon mal jetzt muss ich wie komme ich da hin da achso ok ok verstanden so komme ich da hoch ja ja waren das alle? ich glaube das waren alle ja jetzt komme ich da rüber kann ich so lassen da muss ich dann rum kann ich jetzt schon mal ändern fährt er da nämlich nicht mehr lang dann muss ich da rum dann kann ich Gas geben und wieder ein Level gelöst was? ohhh ich hab gedacht ich fahr hier rum ähm ich meine natürlich wieder ein Level gelöst da war ich zuvor eilig gut dass ich volles Leben hatte durch da einen Tautropfen da hinten oder Honigtropfen von